Na ja, wer so Fotos machen kann, der geht weg zum engsten Kreis und kann man da nicht und das ist die Schwester von der Eva Braun und das ist die Frau Schneider, die Schwester, die Freundin von der Eva Braun hier. Hier ist dann noch mal Hitler und dann beim Empfang, wenn sie zu Hitler waren, ein paar Tage waren hier aus Bulgarien und da habe ich dann den Boris, da hatte ich ein Vortrag, wie man, entweder der Minister für Wirtschaft oder für Energie, da war hier die Hauptstraße und da war der Beko. Sie haben den Bunker gesehen, da war nicht viel Boden drauf und da wurde er dann verbrannt. Notaufgaben.